Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hunger Games mit dem Lukas. Hallo. Und der ist heute ein bisschen erkältet. Ja ein bisschen. Also nicht wundern wenn ich huste oder niese und irgendwas mache. Wo du die ganze Zeit so mit zur Nase redest. Ja okay. Da kann man machen nichts. Viel richtiges Yoda-Deutsch von dir. Ja. Hast du was dagegen? Dann nicht sehr viel. Da sind Löcher. Ja ich weiß. Das wird schon. Durch. Wo ist denn da der Eingang? Oh nirgends. Ach hier. Oh hallo Eingang. Äh ich bin nur ein Lederharnis. Und ein paar Fishlies. Hier ich gebe dir gleich mal welche. Oder auch nicht. Warte. Enchantment Table. Fischie. Oh danke. Oh da ist ein schönes. Hallo. Ich kann die nicht öffnen. Warte Flo. Kann nimm du das. Wieso kann ich die nicht öffnen? Äh weil da ein Block drüber ist. Ach so. Das ist gar kein Netz. Ach so. Ich dachte das wären so Treppen von dem Hausdach. Hey. Hey Flo. Schau mal was ich schönes habe. Hast du das auch für mich? Nö. Das steht da mit dem Kopf. Kannst du meine Schuhe haben. Unnötig. So eine gemeine. Meine Schuhe? Der da oben steht immer noch und durchwühlt die Kisten. Und der kommt glaube ich jetzt. Mach ihn fertig. Sicher. Fass. Fass Lukas. Fass. Ja fass. Oh. Nein. Ich war letzt runter. Warte ich will dir Hilfe. Nee das nix. Hallo. Ja komm bleiben wir hier unten. Okay. Warte da ist irgendwo ne Kiste versteckt. Nee. Nee. Warte da springt jetzt nicht runter. Aber nee hier ist auch nichts bei dem komischen Klumpter. Das erinnert mich irgendwie an Avatar. Das ganze hier. Ja wenn es sich daran erinnert. Vielleicht sollst du es auch darstellen. Ja es könnte sein. Okay Basejob. Boah. Er schafft. Wo ist hier eine Kiste? Leute hier drin ist einer. Hilfe Lukas. So ein scheiß Camper. Hier steht grad dieser mit dem Goldshirt den wir vorher gesehen haben. Ja und der hat ein Goldmusik und Steinschwert glaube ich. Sag mich darüber dran. Schau mal nur an Brüderung. Ja ich hab's geschafft. Flo. Hilfe. Sauber. Hatte der ein Schwert. Da kommt der da da hinten. Kommt der da hinter dir hinter dir. Schmeiß mich schnell hin. Nee nee. Äh warum kann ich den nicht schlagen? Ja jetzt haut er ab. Er ist die ganze Zeit nicht verfolgen. Wo ist der hin? Äh bei mir. Ach der hat eine Perle geworfen. Hier Flo warte. Passt mal zoomt auf die Umgebung auf. Da. Hier. Danke. Okay. Alter. Ich hoffe die Geräusche sind ja nicht zu laut. Warte ich gebe dir noch ein Ersatzschwert. Ich bin hinter dir. Was ist besser Gold oder Holz oder Gold? Gold. Auf jeden Fall Gold. Gold. Wo ist der jetzt hinterher? Der ist letztens noch da in diesem kleinen Häuser da gekämmt. Es ist nur noch einer außer uns zwei da. Also dieser mit der Gold. Wenn wir nicht Emilie liebt haben. Dann sind wir dran. Wir dran. Ey geil er liegt nur halt schön auf dem Bett wo man nicht hinkommt. Das ist so unfair. Oh bleh doch nicht so. Das ist. Das hat einen Ohrenweh getan. Oho. Oho. Wahrscheinlich bist du ein bisschen übersteuert jetzt gerade im Teamspeak. Oh kleines bisschen. Ja klein. Wo ist denn der Zipfel da? Hm. Wahrscheinlich ist er da oben. Wahrscheinlich ist er hier. Geh hoch. Alter ich mach den mal kurz. Ach shit. Warte mal ganz kurz. Ich muss dich ganz kurz ein bisschen leiser machen. Sonst fallen mir noch die Ohren ab. So. Jetzt. Jetzt kannst du wieder weitergehen. Nein. Scheiße. Scheiße. Bringt er dich um. Nee ich bin in der Falle. Jawohl. Oh. Jawohl. Jawohl. Okay das sind nur noch wir beide da. Ja. Ich komm hier aber nicht mehr raus. Ja ich komm zu dir. Warte. Dass wir einen gebührenden Abschluss haben. Wenn ich jetzt hier nicht aus der Welt falle. Ja so geil. Kommt man denn da unten rein. Da unten nur reinkommen. Ob du da gibt's irgendwo einen Eingang. Und dann ja. Ich höre schweiße. Ist das so ein Labyrinth? Hm nein. Eigentlich nicht. Äh weil ich bin gerade in so einem Labyrinth. Und ich bin irgendwie nah bei dir. Ja du. Gleich beim Eingang die erste rechts abbiegen. Rechts und dann. Ja runter halt. Ja da geht's nirgendwo runter. Ach da hinten. Ja ich beim Eingang. Rechts runter. Hä? Äh. Bei mir geht's nirgendwo runter. Doch. Vielleicht sind wir bei verschiedenen Eingängen. Schwerste. Ja gut warte ich schau nochmal draußen. Warte. Warte. Ach da riecht's runter. Warte. Loh. Was? Die warte keinen Schaden. Ist der auch nicht. What the fuck? Nein. Ja. Ja. Okay Leute. Das war's dann wieder mit Let's Play Hungry. Mit dem Lukas. Ja Leute. Schön war's. Ich hab den Fischig. Den kleinen Spacko. Diesen Faker Flooder. Ja den Faker. Der gerade vor mir steht. Da ja. Hi Lukas. Hi Lukas. Ja. Und an der Stelle sei nochmal kurz erwähnt. Danke für 77 Abos. Oh danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh.